In diesem Video wirst du deine Schwächen loswerden. Schwächen. Wie fühlst du dich, wenn ich dir sage, sprich mal über deine Schwächen? Da kommt bei uns direkt so eine innere Mauer und wir machen zu, weil wir Schwächen, ähnlich wie Fehler, als etwas Negatives werten. Dabei sind Schwächen durchaus positiv und geben uns den Raum für Transformation. Das heißt, Schwächen sind nichts Schlechtes. Wir selber machen sie durch unsere Beurteilung zu etwas Schlechtem, zu etwas Negativen, zu etwas, für das wir uns schämen. Etwas, von dem wir denken, es ist ein Defizit, ein Mangel. Ist es aber nicht. Und es gibt eine sehr alte japanische Tradition, mithilfe derer wird Keramik kunstvoll repariert. Wenn Teeschalen zum Beispiel kaputt gegangen sind und durch die Teekultur in Japan, haben Teeschalen oft einen sehr hohen Wert. Und wenn da eine Teeschale aus Keramik kaputt geht, ist es so, dass sie nicht weggeschmissen wird, sondern dass sie gekittet wird sozusagen oder geleimt wird. Aber mit flüssigem Volt, sodass man eben diesen Bruch auch sieht, weil man sagt, ein Bruch ist kein Makel. Ist nichts, was wir wegmachen wollen oder wegmachen wollen oder unsichtbar machen wollen. Sondern ein Bruch ist etwas, das davon zeugt, dass die Teeschale eine Historie hat. Etwas, was wir nicht kaschieren, sondern hervorheben. Und diese Tradition spiegelt eben auch, dass nicht das Makellose schön ist. Das wird uns ja oft suggeriert, vor allem in unserer Gesellschaft. Nur das Perfekte ist schön, nur das Makellose ist schön. Ich meine, deswegen kämpfen wir alle so mit uns selber, weil uns das suggeriert wird. Aber das Makellose ist oft dann eben eindimensional, hat keine Geschichte, ist halt makellos, halt perfekt. Perfekt ist nur ein Wort. Das Leben und wir sind viel mehr als nur ein Wort. Und genauso wie diese japanische Tradition können wir auch unsere Persönlichkeit betrachten. Und die Fehler vielleicht, die wir gemacht haben oder das, was wir als Schwäche bezeichnen. Zum Beispiel hast du vielleicht Neid. Vielleicht bist du manchmal neidisch. Vollkommen okay. Was kann dein Neid dir zeigen? Was kann er transformieren, hervorheben? Vielleicht, dass du Sehnsüchte hast. Ja, das ist was Gutes. Sehnsucht ist was Gutes. Dass du Bedürfnisse hast, die aktuell noch nicht gestillt werden, aber von denen du sagst, okay, nein, da möchte ich hin. Vielleicht ist in deinem Leben auch mal ein Bruch passiert. Gab es einen Bruch, der in dem Moment, als er passiert ist, in deinem Leben sehr schmerzhaft war und du dich gefragt hast, ey, warum passiert mir das jetzt gerade? Und rückblickend kannst du aber vielleicht sehen für dich, dass dieser Bruch dazu geführt hat, dass du über dich hinausgewachsen bist. Dass du in deine Selbstwirksamkeit gekommen bist. Denn wie auch immer du es geschafft hast, du hast es geschafft, diesen Bruch zu überwinden, zu überleben. Sonst wärst du jetzt nicht hier und würdest dir dieses Video nicht angucken. Das heißt, du bist in deine Selbstwirksamkeit gekommen. Vielleicht hattest du einen Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist. Und das ist auch oft schmerzhaft, weil wir uns, wenn wir etwas uns sehr, sehr wünschen, das kann auch ein Job sein, den wir nicht bekommen haben. Und sich damit abzufinden, ist erst mal schwierig. Und da hilft es uns auch nicht, wenn jemand sagt, mein Mensch, komm, ist doch nicht so schlimm. Das ist schwierig in dem Moment. Aber rückblickend gesehen hat vielleicht dieser Wunsch, der nicht zustande gekommen ist, dazu geführt, dass du Möglichkeiten gesehen hast, die du vorher gar nicht gesehen hast. Weil du nur dieses eine Ziel, diesen einen Wunsch vor Augen hattest. Und auf einmal, weil eben dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist, hat er Platz gemacht für andere Wünsche, für vielleicht sogar einen viel, viel größeren Wunsch. Ich kenne das sehr gut, wenn man sich auf ein Ziel einschießt und alles daran setzt. Und ja, in dem Moment, wenn das dann nicht eintritt, ist es schmerzhaft. Aber viele Dinge in meinem Leben, die ich heute tue, hätte ich nie getan, wenn nicht unerfüllte Wünsche auf meinem Weg gewesen wären. Und wenn wir unsere Persönlichkeit so betrachten, zum Beispiel auch deine Traurigkeit, deine Traurigkeit ist vielleicht in dem Moment, fühlt sie sich vielleicht nicht so schön an, nicht gut an. Aber Traurigkeit heißt auch, dass wir etwas betrauern, dass wir Dinge in unserem Leben haben, die wir betrauern, um die es wert ist zu trauern. Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wertvoll waren. Und wir sind jetzt traurig, dass diese Erfahrungen vorbei sind, dass vielleicht dieser Mensch nicht mehr in unserem Leben ist. Und das ist schmerzhaft. Aber letztendlich trauern wir etwas hinterher, was wir in unserem Leben hatten. Also eine schöne Erfahrung, eine reiche Erfahrung, eine volle Erfahrung. Und unsere Persönlichkeit, unser Leben unter diesem Aspekt zu betrachten, öffnet immer wieder eine neue Tür. Eine Tür, hinter der ein neuer Weg liegt. Und so können wir unsere vermeintlichen Schwächen oder die Schwächen des Lebens auf einmal ganz anders betrachten. Es geht immer wieder eine Tür auf, durch die wir hindurch gehen dürfen. Und für mich persönlich hat diese Art und Weise der Betrachtung etwas sehr, sehr Transformierendes. Und wenn das für dich auch so ist, schreib mir das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video.